so eine herzlich willkommen zu diesem netz ja nennen wir es mal jetzt netz info hier gibt es jetzt mehrere themen die versuche jetzt möglichst schnell abzuhacken zu besprechen unter anderem minecraft hardcore die zweite season und antun da muss ich euch leider enttäuschen die letzten folgen sind leider alle weg da mein pc gestreikt hat ist ein bisschen doof gelaufen ich kann euch noch das ende von minecraft hardcore 2 erzählen kurz es ist so dass wir am ende eine munterfalle gebaut hatten noch und runter gegangen sind und aus unserem netz portal was auch auf der station hatten ist ein zombie pikmin rausgekommen und ich war so genial und habe es angegriffen was ist passiert es hat uns fast geschlachtet aber wir sind nicht durch den zombie pikmin gestorben sondern es kommt da mal ich hatte so eine kleine abstufung mit treppen gebaut und ich bin mit einem halben herz die treppen runter gesprungen und bin durch fall schaden gestorben das ist eine katastrophe gewesen na gut so war das ende und antun da haben wir den turm eigentlich nur weiter gebaut und dann haben wir ja so ich hätte es noch weiter gemacht aber ist natürlich jetzt auch leider weg alles ja soviel dazu dann gibt es das thema einmal kurz livestream da ich demnächst versuchen möchte mein livestream zu machen könnt vorbei gucken könnt mir vielleicht helfen da ich das mit ton und alles noch nicht so hinkriege oder ich glaube noch nicht wünschenswert genug ist es funktioniert zwar manchmal ich habe da jetzt ein paar testen mit freunden die haben mir ein bisschen geholfen aber irgendwie so ich zufrieden noch nicht so ganz und hd stream kann ich sowieso nicht dafür habe ich nicht keine gut genug leitung aber knapp davor 5 540 p und das ist auch schon fast hd das heißt das geht in ordnung ja das letzte ist neue projekte ich hoffe ich habe das bild hier eingefügt dann seht ihr nämlich schon ein von zwei neuen projekten das kommt auf jeden fall da habe ich schon sehr viel außersehen aufgenommen ich will euch jetzt mal die anlügen und die wahrheit sagen ich habe schon ganze 210 folgen aufgenommen also ziemlich krass ziemlich viel und ich werde noch weiter aufnehmen ich habe da zwar ein paar umfragen anfragen etc die werde ich dann auch da noch durchgehen und wenn ihr mir hilft die verläufe werden natürlich dann erst sehr sehr spät in irgendwelchen ganz späten folgen kommen ich habe das ein bisschen übertrieben ich habe richtig laune hat aufzunehmen daher ist das nun mal leider jetzt passiert so und es werden auch noch ein paar mehr weil ich habe momentan richtig auf dieses projekt obwohl es kompliziert ist und ich auch nicht weiß ob ich wirklich alles hinkriege alles schaffe ich habe sehr viel hilfe am anfang bekommen dann will ich da überhaupt klarkommen sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht muss ich mal auch ganz ehrlich gestehen und jetzt kommen wir zum letzten projekt weiß ich noch nicht ob ich es aufnehmen werde ich weiß nämlich gar nicht ob ich es aufnehmen kann wenn ich es aufnehmen kann dann werde ich es machen aber es kommt wahrscheinlich erst zwei wochen später oder nächste woche da kann ich ihnen leider euch nicht genau den termin nennen könnte auch interessant werden ist aber ein bisschen lang gezogen sage ich meine wahrscheinlich weil man muss ziemlich viel am anfang tun bevor man was machen kann kenne ich mich auch nicht wirklich gut aus mit dem projekt das heißt wir werden wahrscheinlich vieles wegfallen lassen in klammern wegfallen lassen aber wir werden auch eine ganze menge machen und das projekt sollte schon interessant sein daher aber dann muss ich gucken ob ich das kann ansonsten habe ich eine andere idee was ich aufnehmen würde auch noch aber da lasst euch überraschen auf jeden fall das eine projekt ist sicher das sollte ja jetzt auch hochgeladen werden und auch kommen und dann versuche ich jetzt wieder regelmäßig zu sein naja das war's ich bin euer taro wünschen viel spaß auf youtube und wir sehen uns das nächste mal wieder ja genau tschüss euer taro tschau